Willkommen bei Brilliant Tools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Die 3,8 Ratsche hier in meiner Hand zeichnet sich durch einen extrem schlanken Kopf aus mit einem Ratschengetriebe mit 9010, somit ist der Umschwenkwinkel bei gerade mal 4 Grad. Die Belastbarkeit liegt bei 350 Newtonmeter, das ist weit über dem, was die DIN vorschreibt. Der Griff ist aus einem Zwei-Komponenten-Material, somit wird Abrutschen verhindert und über das hintere Querloch kann ich entweder die Ratsche aufhängen oder mit einem Sicherungssystem verbinden.